Okay, ich habe überall um das Lager Sprengladungen verteilt. Ihr beide müsst sie nur scharf machen. Und die erste ist genau vor euch. Hier ist sie. Ich habe auch einen Sprengzünder für euch. Okay, wir sind da. Okay, die hätten wir. Nicht den Knopf drücken. Den hier? Wenn alle Sprengladungen scharf sind, betätigt ihr den Zünder und dann Showtime. Die werden sich wundern. Sei vorsichtig. Lazariewicz-Leute sind in der ganzen Gegend hier postiert. Was macht die Nonne denn dort? Hey, vorsichtig. Da vorne. Sie dürfen euch nicht sehen. Die machen wir fertig. Ganz leise. Das war's für dich. Bis dann. Ich hasse diese Norde. Ich hab schon schwimmen heute. Wenn Lazarevic nicht so jammern hört. Einzeringling! Miss! Woah! Ich glaub wir können uns da rüberschwingen. Ja, du vielleicht. Okay, warte Opa. Wir suchen einen anderen Weg nach oben. Ah, klasse. Danke dir. Da lang. Nate, du näherst dich der Ausgrabungsstätte 1. Sie müsste längst durchsagen. Miss! Sie haben uns entdeckt! Schnell, schaltet sie aus. Sie dürfen das Lager nicht informieren. Einzeringe! In Ordnung. Das erste Lager sollte jetzt vor euch sein. Dort gibt es vier weitere Sprengladen, aber die Luft sollte wirklich rein sein, bevor ihr sie scharf macht. Weiß das Lager. Bist du bereit? Auf geht's! Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Ja! Ja! Oh, du schützt! Ja. Ja, 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 ja. Der Wissler ist nicht so wichtig, wie ich es habe. Wir müssen noch drei Ladungen scharf machen. Es sind noch zwei übrig. Rainer, hör auf mit dem Quatsch. Wir haben noch nicht alle Ladungen scharf gemacht. Okay, noch eine, das war's. Komm, komm! Reiner, hör auf mit dem Quatsch. Wir haben noch nicht alle Ladungen scharf gemacht. Okay, das war's. Ich glaube, Mr. Lazarewitsch einen Besuch hat. Ich komm nicht dran, komm her, ich helf dir hoch. Alles klar. Los, Süßer, hoch mit dir. Ich tüpf' dir hintern, Sully. Danke. Hier, Kleiner. Okay. Du Leberhimmel, was für ein Tsunami-Spülschiff. So weit an Land. Runter. Mist, die Pumpe ist schon wieder... Das verdammte Ding geht ständig kaputt. Los, reparieren wir es, damit wir hier rauskommen. Sie sind nicht bewaffnet. So viele sind es nicht. Worauf warten wir, die schaffen wir. Weiß nicht, Sully. Vielleicht... Wie ist das? Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Hey, hat doch prima geklappt. Da kommt noch einer für dich. Sully? Nicht so frivol, Kleiner. Los, an die Arbeit. Was meinst du mit Rivol? Meinst du, wir finden das Lager, wenn wir dem Schlauch folgen? Immer stur dem Schlauch nach. So wie in Montreal, hm? Ach, das wirst du niemals vergessen, was? Los, 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 los. Untertitelung. BR 2018